Endlich! Oh man, war der Hammer mäßig geil! Ich hab da... Von dem Scheiß hab ich 440 Punkte bekommen. 470! 500! 500 Punkte da! Ich versteh kein Wort mehr! Sorry, ich hör die an der Weib nicht! Du wusste gar nicht, dass da einer... Du warst auf den Schuss und... Endshot! Mein Gott! Ich spiel grad ne Waffe mit der ich überhaupt nicht umgehen kann! Oh, geht doch einigermaßen! Jedenfalls hab ich grad einen Doppelkill damit gemacht! Alter, wie viel Munition ich verbrauche ey! Ich glaub der schießt irgendwie zurück! Ich glaub der schießt irgendwie zurück! Was macht der? Ja genau, zeig mir schön die Seite, dass ich hier schön in die Seite ballern kann! Wenn man nicht Panzer fahren kann, sollen wir's lassen! Wenn man nicht Panzer fahren kann, sollen wir's lassen! Der Sniper rät einfach auf meinen Panzer! Ich hab's getroffen! Ey da kommt ein Fahrzeug! Ah fuck! Ja weißt du, der Medic, der rennt hier blöd an der M-Kommel rum! Und tief die Leute anstatt zu defusen! Was macht der Heli? Was macht der Heli? Jedenfalls hab ich sinnlos 100 Punkte gekriegt! Ich hab grad... Was ist alles da? Nein! Warum liefst du mich da voll die Not? Ich hab grad... Hab ich dich grad gemessert? Waaat? Luki hab ich dich grad gemessert! Alter, dieser blöde Medic! Lief dir einen Namen an! Ich hab dich schon wieder... Also ey, wie in diesem Scheiß Medic, der hier sind... Ein paar meine... Weißt du, er defused nicht, er tiefte einfach nur jeden! Er defused nicht, Mann! What the fuck, Mann! Das für ein Messer-Bug! Geil! Geil, geil! Den hab ich ja noch nie gehabt! Ihr... Bastard! Da weg! Alter, wer hat das denn? Hahaha! 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 Weißt du, warum ich so lacht? Hahaha! Platin mit Lufteinheiten! Hä? Ich krieg einfach mal so grundlos Fahrzeug beschädigt! Hahaha! Der ist einfach so episch gefailt! Er springt hinter meinem Panzer, schmeißt C4, zündet's und sprengt sich selbst in die Luft! Mein Panzer verlädt 1 HP! Oh! Loll! Ey, die Waffe ist lustig! Wer hast du das? Wie? Welche? M249! So! Zweite bei, ähm, Sanitäter! Mit Vierfach Suh! Alles was hohe Feuer hat, spiel ich mit Vierfach Suh! Oh! Oh! Ich brauche! Ich brauche! Wir sind schier! Also wie viele Leute ich hier grad einen nach dem anderen weghole da! Lass mich hoch! Rrrrrr! Oh, dann lass mich halt nicht hoch! Dann bin ich halt außen hoch! Wär wahrscheinlich gekillt unterwegs! Ah! Ah! Spawn mal bitte bei A! Da krieg ich grad so schön viele Kills! Okay! Boah, mein... Ey, ich lagge wie blöd! Was ist hier los? Hallo? Ich kann nicht mal gescheit die Maus bewegen! Mein Gott, was geht bei dir auch, ey! Lass irgendwas hin! Ist der Download wahrscheinlich! Nein! Mein Ping ist normal! Außer wenn ich über Steam starte, läuft der da... Ey, ohne Scheiß! Was ist los? Ey, die Maus... Ne, ohne Scheiß! Das ist als hätte ich Konsolen-Steuerung! Das ist als würde ich hier mit einem Controller spielen, die Steuerung! Ich kann auch nicht rennen! Äh, ist vielleicht der... Ist vielleicht der... Der Laser... Äh, der Laser... Nein! Hör mal zu! Hör mal zu! Hör mal zu! Ich hab... Keine Munition! Ich kann... Nur begrenzt die Waffen wechseln! Ich kann nicht rennen! Ja, auf einmal kann ich rennen! Ich kann mich nicht ducken! Ich kann nicht springen! Doch, springen kann ich! Aber... Was zum Teufel? Hä? Ja, dafür, dass ich null von null Schuss für's RPG habe, hab ich grad einen abgeschossen und den Wert nahm! Kann das irgendwie sein, dass ich vielleicht verreckt bin und der Server das irgendwie nicht registriert hat? Dass ich als halbe Leiche rumlaufe? Zombie! Ohne Scheiß! Du musst es mal... Ich bewege die Maus, fünf Jahre später reagiert sie und dann als würde ich mit dem... Dann bewegt sich die Sicht als würde ich mit dem Controller spielen! Ich kann ja... Hä? Ich war weg! Zweifel doch! Hä? Was? Ich konnte nicht schießen! Ich konnte nicht messern und gar nichts! Was war das? Das war der ewigste Bug, den ich je gesehen hab! Ich konnte nicht schießen, nicht messern und gar nichts! Was macht die Drohne für'n Müll? Da fliegt mir auf einmal die Drohne entgegen! Auf Augenhöhe! Autsch! Gib mal Deckung! Ja jetzt, wo ich einsteigen will, fährt der weg! Oh Gott, ey! Oh Gott, ey! Oh Gott, ey! Wie ist das da vorne rum? Ja, ich... ich wollte einsteigen! In dem Moment fährt der weg! Ja, ich... ich wollte einsteigen! In dem Moment fährt der weg! Ja, ich hab vollkommen gestern aus dem Panzer ausgestiegen, der 100 HP hat! Du! Ne, ich bin grad eingestiegen! Du! Nicht zu... ja, ich! Du! Ich denke, er ist schon 7 zu 0, Alter! Was geht denn hier? Äh, M2 für 9-Zort! Oh Gott! Was ist das Ding, Alter? Ja, ich kann mit dem Ding eigentlich nicht umgehen! Trotzdem! Mein Bordschütze meint ein! Bei mir, ey! Hier heißt er der Musi 666! Und ist bei mir im Panzer! Motherfucker! Boah, boah, boah! War das ein Motherfucker? Weiß? Hm? Ja! Schieß doch mal jemand auf den... Pisser da vorne! Weißt du was? Jetzt skrepiert auch! Nö! Anadell! Nyaow! Ne, oder? Der Depp bleibt nicht da ho... Doch, der Depp bleibt wirklich da ho... Ja, das ist jetzt ein toter Depp! Ja, ich, der Kitchenfight oder so... Alter, wieso... Wieso... Läuft mein Spiel grad so scheiße? Jetzt hab ich den Sunny nicht gekillt, weil es gehangen hat! Ah, Servus! Oi! Ja, ich krieg auf einmal 3 Schiffe durch den Vlog... ...vom Doc Betka... ...vom Dr. Edgar... ...vom Dr. Edgar... Also, ich bin eher für Oncle Danz... Ey, yo! Oncle Bums! Ja, es freut mich doch vor dem Panzer, ey! Das war nicht so wahnsinnig! Das war EICH im Panzer! Ja, ne, wenn ich schon... ...die ist doch heute schon Spaß, ey! Oh, 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 oh! Du wurdest aus dem Spiel geworfen! Cheating Suspect! Was? Was? Wurdest... Wurdest du grad ernsthaft wegen Cheats gekickt? Ja! Weil ich ne 9 zu 4 KD hab! Ähm... Ich hab 10 zu 0 und werd nicht gekickt! Ja, und jetzt ist euer Fall! Ja, echt? Ja, ich bin auf 10er Killstreak und werd nicht gekickt! Und du mit 9 zu 4 oder was? Ja, wahrscheinlich! Weil die Gegner nicht schießen können! Die hat mich grad so einfach umlegen können! Nö, die schenkt mir nochmal 2 Kills! 12er Killstreak! Und ich werd nicht gekickt! Aber du! Weil du angeblich... Ich komm jetzt zu den Armys rüber! Würde ich machen! Cheater, Alter! 13er Killstreak! Ja, Slam kickts! Aber mich mit dem 13er Killstreak hier nicht! Das ist ja mal geil! Ja, zu wenig Tiki! Wie scheiße ist das? Das ist ein Intim! 15er Killstreak! Noch mehr! Weißt, da steht... Die stehen immer zu zweit! Ich mach dauernd Doppelkills! Weil die irgendwie immer zu zweit stehen! Pass auf, ne! Your Brain! Normaler Kreis! Your Brain on Trucks! Kleiner Kreis! Your Asshole! Kleiner Kreis! Your Asshole in the prison! Großer Kreis! Solches Bildschirm im Gerne ist so gut! Die können ja keinen Meter schießen! Ich kann schießen! User left to a channel! Ich kann schießen! Ja, endlich konnte... Irgendwann kam jetzt einer, der schießen konnte und hat meinen 16er Killstreak beendet! Das ist immer noch geil! Wie... Was für eine KD hattest du slammed? 9-4 oder so! Und wirst wegen angeblichen Cheats gekickt! Okay, und ich hab 16 zu 1! Warum werd ich nicht gekickt? Weil du du bist! Weil ich VIP bin! Ja! Very Important Pussy! Ja! Ich habe einen Tag dazu gemacht! Ich bin ein Tag dazu mit dem Investor in des Privatges... Ich bin jemanden niemals hier in beden... ... dass ich noch nicht gerne bin.